Welches Love Island Paar macht das Rennen? In dieser Woche geht es auf der Liebesinsel ziemlich turbulent zu. Gleich fünf Singles müssen ihre Koffer packen und die griechische Villa verlassen. Erst trifft es die Granaten Daryl, Jan und Lucy und dann auch noch das Couple Fabi und Alessandra. Welchen Paar gönnen sie am meisten den Sieg? Für die Blondine und den Muskelmann ist die Frage schnell geklärt. Gegenüber Promiflash verraten sie, Wir haben alle ganz doll lieb, aber unsere allergrößten Wünsche dafür sind eigentlich Luca und Jenny. Wir waren immer zusammen alle und wir lieben die Süßen einfach. Aber auch Leon und Laura sind ganz vorne mit dabei, findet Lucy. Die zwei sind auf jeden Fall am authentischsten. Man hat schon gemerkt, da sind auf jeden Fall Gefühle im Spiel. Die sind beides auch so Freigeister, die reisen ja auch viel, sind einfach irgendwie so ein bisschen offen, Welt offen und da vielleicht auch schon recht erfahren irgendwie. Und für welches Couple stehen die Karten nicht so gut? Darauf findet Daryl eine klare Antwort. Bei Hannes und bei jetzt bei Vani glaube ich es auch nicht ehrlich, weil Vani hat einfach gemerkt, sie will jemanden, sie will weiterkommen und deswegen hat sie sich für Halles entschieden, weil sonst hat hier niemand Interessen an Vani gezeigt. Ganz ähnlich sieht das auch der Tattoo-Liebhaber Jan. Ich denke, die kennen sich nicht so gut und die haben am wenigsten Potenzial als Kappe. Wer sich am Ende tatsächlich das Siegerkrönchen aufsetzen darf, bleibt spannend abzuwarten. am 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 Bis zum nächsten Mal.